ARK! 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 Weißt du denn hier so rum? Ne, ich weiß, ich wollte einfach, ich dachte es wäre so ein Lockruf von dir oder so. ARK! ARK! Ja, wie bei Jurassic Park, weißt du? Ja, da machen die das auch so. Ja, die Raptoren da, Mann. Die macht doch mal. KRU! KRU! Also wir kommen zurück hier, hier bei uns. Wir sind auch noch beim Gewächshaus und wir haben uns mal die Freiheit genommen. Ja, und haben Kommentare zunutze genommen. Ihr habt uns ganz viele Orte geschickt, wo man... Also am Lockrufen hier noch. Ihr habt uns ganz viele Kommentare geschrieben, wo man denn hier Kristalle in der Nähe findet, weil, ey, seid ihr dumm, Alter, im Water und das ist einfach so eine Nähe. Ey, wir sind so dumm, Leute, Mann! Leute, im Schneegebiet sind 5000 Höhlen und da sind noch viel weitere, doppelt. Hey, 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 ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nee, regt mich auf, regt mich auf, Maße. Wir haben uns mal die Freiheit genommen hier, uns ein paar Kristall zu fahren vorab, weil sonst wären wir hier nicht fertig. Und, ähm, ich werd mich jetzt um den Rest von dem Haus kümmern. Und Curry, der fängt schon mal an mit der Wasserversorgung. Dann mach ich schon mein Rohr raus, also die Wasserrohre. Ähm... Hast du jetzt kurz gedacht, ne? Ja, doch schon, doch schon. Hattest du noch diese Schrägdachdinger, die für... Die war... Die hattest du gebaut, ne? Welche meinst du diese Schrägdachdinger? Diese Dreiecke da, diese kleinen... Ja, da sind noch ein paar in... Äh, wenn du oben bei der Werkbank hochkommst, ganz rechts der Schrank. Da ist was drin. Ganz, ganz rechts. Alles klar. Also wenn du von der Treppe aus ganz, ganz rechts guckst, da müsst du eigentlich was drin sein. Ja, ja, ja. Da müsst ihr denn hier. Hast du nie... Ja, perfekt, Junge. Ja, gönn dir, Maße, gönn dir einfach. Ah, ja, du hast ja einen hier zu viel gemacht. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, hast du echt schön daran erinnert? Also, richtig toll. Ja, ja, das war eine gute Zeit. Ja, weißt du noch, als du dir... Ach, egal. Jetzt... Ja, ja, jetzt brauchen wir sogar nicht anfangen, ne? Ich mache nie Fehler. Ich mache nie Fehler. Ja, ja. So, dann brauchen wir noch ein paar hiervon. Ich glaube, drei waren das. Ein, zwei, drei. So, ich glaube, das müsste reichen, oder? Dann brauch ich, äh, dafür irgendwie, warte mal. Ich guck mal, ich geh, ich flieg erst mal zum Hafen und guck mir das mal an, wie du da gemacht hast. Mach du das mal. Du kannst halt alles als Vorlage nehmen hier. Und... Vorlagen sind immer gut, ey. Hehehehe. 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 Was ist mit ihm los hier? Sag mal, sind die bescheuert? Was, was, was hat der für einen Stress? Ja, hör auf, Gryffindor. Gryffindor, Vengardium Leviosa, komm. Leviosa. Lev... Leviosa... Run. Run. Oh. Ra, 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 ra. Oh, Vengardium Leviosa. Oh. 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 Alles klar, du weißt ja Bescheid, da mach ich mir auch so ein paar... Hä, ne? Hä, ne? Wann ist los, Marcel? Nix, ich hab ihn allah gekillt und Ulf ist vom Dach gefallen. Dann hab ich wieder geholt. Oh ja, da passiert dann, das macht nix. Die können das doch ab. Also wenn die bei uns wohnen, dann sowieso. Ja sicher. Übrigens hat sich richtig einer echauffiert, dass dein Gryffindor so viele Level noch nicht vergeben hat. Also da war jemand ziemlich triggered. Also das tut mir natürlich leid. Ich glaub, das machen wir jetzt mal. Mach das mal. Ich glaub, ich hab... Damit der Herr wieder ruhig schlafen kann. Also, bitte. Der Herr. So, was soll ich denn, was soll ich denn, Skill, Marcel? Sag doch mal. Gesundheit vielleicht, aber eigentlich brauchen wir eigentlich Traglast bei denen, ne? Weil Gesundheit haben sie ja genug, die Gryffins. Gesundheit, ich würd auch eher auf, ähm, also bei den Gryffins auf Gewicht und Ausdauer gehen. Gewicht. Also Traglast meinst du? Richtig. Alles klar. Richtig, mach du mal. Ich bin Level 17. Wow, ich konnte ganze zwei Level skillen. Hä? Ja, bei mir stand, dass du 13 noch offen. Ach egal. Ich kann Raketenwerfer bauen ab jetzt. Ja, ja, lass mal machen. Go, Spiel durch, Spielende. Ey, brauch ich nicht noch so ne Ansaugpumpe? Ja, ja, am Wasser unten. Aber das ist ja einfach nur ein Rohr. Einfach nur Rohr reintun, oder was? Das gibt ein bestimmtes Rohr, das heißt Ansaugrohr oder sowas. Oh ne, sag mir nicht, das hab ich nicht gebaut. Egal, lass einfach hinten dran. Ist doch... Ansaug... Doch, hab ich gebaut, Maas, ich hab's gebaut. Ja, sag ich doch. Ist doch keine Arbeit, das, ey. Ansaugrohr, Alter. Vom Craften her am einfachsten, glaub ich. Warte, Maas, ich mach jetzt erstmal das Rohr hier, ja? Genau, mach du das mal in Ruhe da. So, das Rohr ist platziert. Und jetzt können wir dann langsam irgendwann drüber nachdenken, wie wir das Ganze denn angehen, Maas. Eins... Drei... 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 Ja, wo sind denn diese Kreuze? Hier. Okay. Die Kreuze sind so sexy. Eins, zwei, drei... Ja, drei Dächer fehlen uns noch. Ich geh da mal ein paar Kristalle holen. Ja. Du, 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 du... Verlissen jetzt am schnellsten zu erreichen, hier. Ähm... Warte, ich guck jetzt mal, wie viele Kristalle ich überhaupt brauch. Wop, 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 wop. Nein! Ich hab keine Rohre mehr! Ja, ha, ha, ha. Ich hab mich da schon verflogen, Alter. Wo bin ich denn hier schon wieder... Wicke... 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 Ich haue ein paar Steine ab. Also, Orientierungssinn von... 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 Weiß ja nicht. Kann ich... Kann ich mal sagen, aber ich kann auch noch, wo ich bin. Da ist das glaube ich. Jetzt aber hier hin und Judas, ey. So, dann reicht der wohl. Zack. Äh... Frischloh. Dann bauen wir hier noch ein paar von... Und hier noch ein paar von... Ich hasse dich. Ja, unter anderem. Warum? Ich hab gesagt, du wirst mich hassen, wenn ich jetzt anfange, die Äffchen zu zähmen. Auch neu. Weil, ein Äffchen? Ja. Ich muss mit Bären füttern. Richtig sweet. Ich kann auf deiner Schulter sitzen, Mann. Ja, ist schön. Aber weiß nicht. Ja, ja, ja. Ich mein's, was wird... Wo ist Nutnut eigentlich? Gut. Wo ist der Alter? Ach, der ist am kleinen... Am... Ich will den gerne mal wieder rumwerfen. Uuuuuh! Das klingt gut. Oh mein Gott. Ganz schnell, ganz schnell. Nein, wir müssen... Ich muss mal ganz kurz eben... Oh mein Gott. Ähm... Tschau. Nix, alles gut. Alles in Ordnung. Das klingt nicht so danach. Nix. Nee, da kam nur aus Heiter im Himmel ein T-Rex angelaufen. Deswegen, alles wäre gut. Ach dann. Und ich war da schön am Craften, weißt du, und dachte mir so, hi, schön. Ich konnte mich auch nicht bewegen, weil ich irgendwie fünf Milliarden Stein dabei hatte. Also war alles perfekt. Aber der ist jetzt nur am Strand oder was? Ja, der läuft halt da rum. Oh ja. Oder dann. Ist halt ja... Meinst du, ich könnte den killen mit dem? Warte mal, was hat der denn für ein Level? Mit dem Adler? Mit dem Griffin? Ja. Äh... Sei dir da nicht zu sicher. Du hast einen ziemlich mieden Wendekreis. Ich mein, der auch, aber... Level 25 ist das, Alter. Ja gut, probier. Von mir aus, wenn du da... Ja, wenns, 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 wenns kacke wird, dann gehe ich weg. Einmal, du musst jetzt... Die Steine hier nehmen, die du hier hast? Komm, wir davon mal hier, ne? Deine. Ich bring die wieder ins Haus, ne? Ja, ja, mach mal. Dann, wir... 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 Ich kann mich dran sehen. Welchen Song der End ist gerade? We will rock you. Oh, T-Rex ist tot. Okay, das war ja... Das war ja süß. Was süß? Wie viele Bete willst du denn jetzt hier reinballern? Drei, also B3 meine ich jetzt. Drei? Vier? Vier? Also wenn du drei, wenn du drei reinmachst dann wärts sogar, dann wärts, oder warte mal. Eins. Oh mein Gott. Okay, warte. Hier ist keine, hier ist wieder eine. Aha. Hier ist keine und hier ist wieder. Also wenn wir drei reinmachen, dann wird's sogar gut aussehen. Weil dazwischen haben wir dann zwei Wege, wo wir durchlaufen können. Gut, dann machen wir drei. Alles klar, machen wir drei. Da dürfte eigentlich auch reichen. Jaja, ihr Mann ist ja auch mal, ne? Also reicht. Korrekt, ihr Mann reicht's. So, da knallts dann. Da knallts dann. Irgendwann, äh, bin ich auch mal am Ende meines Zivis. Äh, äh, reicht's dann. So, hab ich hier noch Hochbau, Dinger? Vertikal, ja wunderbar. Das brauch ich doch, Freunde. Alter, viel ist so gestört, ey. Einmal durch den Busch gegangen, 1700 Holz. Easy. Ja, nice, Mann. Also das, was wir uns erarbeitet haben. Das macht halt Bock, weißt du? Das macht halt Bock, Alter. Das wollten wir uns erarbeitet haben, das hat sich ja auch gelohnt. Hier die Susanne und so. Ja, hä, natürlich, Alter. Das ist, also, man merkt schon was. Und so Tiere sind einfach geil, Marse. Kannst du nix sagen, Mann. Ist halt so. So, korrekt. Ist halt so. Da wird auch niemand dran rütteln. So ist es. So Oberzicke. Solange der Ball rollt. Oder so. Solange der Ball rollt und rund ist, ist alles in Ordnung. Dann knallts. Dann knallts, Mann. Einfach auch ein Bäcker. Ich hoffe, das passt jetzt, Alter. Das schaffst du. Oh nein. So. Irgendwie schräg. Haben wir noch irgendwie was schräges? Ja, ich bin schräg. Haha. Was heißt denn schräg? Warte mal, ich guck mal gerade. Ähm. Dieses schräge Rohr, das geht schräg nach oben. Ja, das ist halt zu krass. Mann, Alter. Oh, Jung. Ja, da ist... Guck mal. Guck mal, hier in der Mitte ist ein bisschen Unterschied von der Höhe her. Und deswegen passt das jetzt nicht, Alter. Das ist doch kacke, Mann. Ja, du hättest quasi von der Basis dann Scheiße, ja. Ja, wobei... Doch, warte mal. Ich kann auch einfach rüber bauen. Das stimmt schon. Ja, oder du baust halt vier Rohre nach unten, aber das ist natürlich... Nee, nee. Ich weiß schon, wie du meinst. Ich weiß schon, was ich mache. Pass auf. Du machst das schon. Das machen wir schon, Marcel. Ich mach... Vertrau mir, ja. So, hier den Scheiß hier hin. Zack. Alter, das gibt es nicht. Das ist so ein Witz. Fuck auf, Mann. Warte, ich muss mal gucken, ob das geht. Das heißt, wenn ich die Mitte noch einmal neu mache, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal im Maße. Ich muss es ausprobieren. Einfach... Du bist aber... Du bist aber krass drauf. Ja, es war so klar. Geht nicht? Das... Nee, ich hab grad aus Versehen, weil... Ich hab... Aus Versehen was abgerissen, weil sie nicht abheißen wollten. Warte, du hast aber jetzt keine Wand abgerissen, oder? Hast du, ja? Marcel, sei einfach leise. Hast du... Hast du eine Wand abgerissen? Nein. Okay. Komm hier bitte... Komm hier bitte nicht hin. Du hast die Wand abgerissen. Oh Mann... Nein... Marcel... Marcel, da ist eine Wand. Jetzt heul nicht rum. Fokus jetzt. Komm. Hä, wie kann ich denn... Achso. So, ich will jetzt hier... Dass das hier oben steht. Alter, ganz ehrlich. Fackst du jetzt nicht rum, Junge. Ich reiße alles ab. Ist mir scheißegal, Marcel. Nein. Doch. Bitte nicht. So. Muss jetzt genauso hoch sein, wie das andere. So, das sieht doch gut aus. Das muss hier stehen. Da ist ja frisch hier drin. Blaues Luftchen. Hä, 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 hä. Ach ja... So. Das muss jetzt passen, oder? Ist doch gleich hoch. Ja, Mann, es ist gleich hoch, junger Marcel. Hä, warum reden... Hä? Müssen wir dann überhaupt bewässern? Toll. Ist die jetzt bewässert? So. Ne, hier steht jetzt nicht bewässert. Na gut. Das wäre ja auch ein Witz, Alter. Ganz ehrlich. So, warte mal. Jetzt müsste es eigentlich passen. Pass auf. Ist bald soweit, Marcel. Pass auf. Wenn ich jetzt hier so ein Ding hin mache... Ja, Mann, das passt, Alter. Ich bin der King, Junge. Äh, nee. Oh, nee, passt. Ja, toll. Oh, ho, ho, ho. Was habe ich dem Spiel getan? Ich weiß es nicht. Das, das... Marcel, was habe ich dem Spiel getan? Ich weiß es nicht. Ich will da nur ein bisschen Wasser nach oben bringen. Ja, das wird einfach. Wir haben ja eh in der Nähe vom Wasser gebaut. Äh, tut mir leid. Nee, alles gut. Ich habe mich beruhigt. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und jetzt diskutieren wir weiter. Pass auf. Ich brauche noch so eine scheiß Ansaugkacke. Dodo, wenn du jetzt den Greifen hier angreifst, dann rast dich aus. Warum ist das... Ah, nee, das müsste passen. Okay, ich mache das jetzt so scheiß drauf. Fuck off, Alter. So. Gleich haben wir es geschafft, Marcel. Also gleich ist... Ja, ich hau erst mal... Ich hau erst mal dagegen. Kannst mir vielleicht, wenn du gleich Zeit hast, noch ein paar Steine bringen. Hab ich glaube ich sogar noch im... Oder kannst du halt noch so Zeugs bauen, wie Wasserhähne und so ein bisschen was, ja. Gerade brauche ich auf jeden Fall und Hähne. Wasserhahn. Ich mach mal alle Wasser... Ich kann zwei Wasserhähne machen hier. Ja, das ist schön. Freut mich echt. Das freut mich das schön, Marcel. Das ist mal echt eine gute Nachricht. Oh, oh, oh. Oh, das ist eigentlich mal gut. Weißt du jetzt, guck mal. Wir sind jetzt fast durch hier. Siehst du mal? Da läuft schon Wasser. Da läuft gleich auch noch Wasser, Marcel. Ey, ist das nicht schön? Alles klar. Der fegt ja alles weg, ey. Nein. Jetzt komm mal her, du Kacke, du Usa. Hast du die Runde gefunden? Natürlich. Ich finde alles, Mann. Pass auf. Zack. Finde ich auch. Zack. Hier läuft Wasser. Hier läuft Wasser. Junge, hier läuft überall Wasser, Alter. Ähm. Ich guck mal gerade rein in den Griffentor. Wie viel brauchst du denn jetzt von Watt noch? Nee, eigentlich, ich glaube, wir sind schon fast durch. Soll ich noch Hähne machen? Ähm. Nee. Ich glaube, wir sind genau... Du bist on point, Alter, mit deinen Wasserhähnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Junge. Bäm, Junge, Alter. Überall Wasser. Masel. Ja, es geht doch, ey. Nicht verzagen. Curry-Frage. Verstehst du? Ja, sicherlich. Der Curry ist einfach der Klempner unseres Vertrauens. Ist alles bewässert hier? Bewässert. 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 Ja, geil. Alles bewässert, Masel. Leute. Jetzt werden wir produktiv, Alter. Das ist der Traum. Jetzt bauen wir noch eine zweite Etage. Jetzt pass auf. Jetzt guck. Guck hier mal zu mir. Alles klar. Was ist los? Du hast nie einen Fehler gemacht. Boah. Masel. Das ist alles, alles gut. So wie es ist. Aber das mache ich hier weg. Warte hin. So. Hast du ja ein Achtdach-Ding, meinst du? Ja, ja. Dann kann ich ja das... Dann können wir das nicht auch wegmachen. Ja, ja. Das brauchst du ja nicht. Das ist ja einfach... Ja, ja. Das war halt... Oh nein. Nein. Äh. Ciao. Ja. 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 Ja.